Ich bin Ulrike Volkertz und ich bin Schauspielerin. Ich unterstütze die Corona-Maßnahmen, weil ich das Meer liebe. Und weil ich das Meer liebe, will ich mehr. Mehr Maßnahmen. Nur mit mehr Maßnahmen komme ich wieder ans Meer. Und deswegen liebe ich auch die Maßnahmen, weil ich dann wieder ans Meer komme. Nur mit mehr gibt es wieder mehr. Mehr Maßnahmen gibt mehr mehr. Also jetzt mehr gibt später mehr. Mehr. Deswegen unterstütze ich auch die Maßnahmen und will mehr davon. Und noch viel mehr. Und noch mehr. Immer mehr. Weil ich das Meer liebe. Hashtag gibt mir mehr.